Der Wächter Der Wächter Ich treffe die Vorkehrung Ich treffe die Vorkehrung Was hat Cortana vor, Chief? Warum hat sie uns hergebracht? Gehen wir weiter Ja, das wird mich jetzt auch mal interessieren Kein Funkverkehr auf allen Frequenzen Überhaupt keine Langstreckenverbindungen Dann sind wir mitten im Nirgendwo Wir sind nicht ohne Grund hierher gebracht worden Seht euch um Die Konsole ging an, als ich näher kam Was war das? Es kam von der Konsole Wie lange benutzen wir dieses Signal schon nicht mehr? Greif auf die Konsole zu, wenn es Cortana ist Was ist das für ein Ort? Wie auch immer Cortana hat uns hergebracht Sie ist irgendwo da draußen Chief, damals auf Meridian Da waren Zivilisten Alles wurde verpüstet Ich weiß Vielleicht wusste sie nicht, was passieren würde Und wenn sie es wusste Wir erfahren, was los ist, wenn wir sie haben Sieht ja mal sehr nice aus, das Ganze Dieser Wort ist unglaublich Ich kriege eine Gänsehaut Solche biologischen Messwerte habe ich noch nie gesehen Alles hat so eine Fürmlichkeit und Präzision Es wird künstlich und auch natürlich Dr. Hall, sie hätte bereits begonnen, Proben zu nehmen Und könnte uns vermutlich die exakten Koordinaten dieses Mal hin verraten Hm Aber was bist du denn? Einen Käfer oder eine Lafer oder sowas ähnliches? Durch die Benutzung der Konsole wurde das große Gebäude aktiviert In Anbetracht des Signals Glaubst du, sie ist da drüben? Möglich Klingt wie eine Elite Verdammt, das macht die Allianz hier Bereit, Team Blau? Durchsucht das Gebiet Der Richter von allen Weisen Verliebenden Ah, das war doch mal ein Goldtreffer Die Schakal angreift, okay Seuert auf den Grunt Gesichert Was macht die Allianz denn hier? Sie wirken planlos Ich glaube nicht, dass sie schon lange hier sind Bewege Mehr Feinde, Kampfbereit machen Wow Auf dem höheren Schwierigkeitsgrad wäre ich jetzt ein One-Hit-Wunder gewesen Und zwar im negativen Sinne Äh, okay Was für eine nutzlöse Höhle soll das jetzt hier sein? Bleib stehen Wow Zielt auf den Schakal Alles klar, wird erledigt Ist der jetzt weg oder nicht? Nervt mich ein bisschen, dass die Allianz schon wieder hier ist Jetzt fall um Meine Fresse Konzentriert euch auf das Geschütz Okay, er ist weg Ach, ich liebe die Kleinen Wie schön war das in den ersten Teilen Man hat den Großen gekürt und die sind einfach davon gerannt Wow Hier ist eine blutsfette Anlage Die Allianzler denken wohl, sie gehört ihnen Durchbrecht ihre Reihen Äh, Leute Nicht Noo Das war's für heute. Kümmert euch um das Geschütz! Hä? Warum schießen die? Achso! Neue Vakuum, da war was schönes. Machen wir mal gerade die. Hä? Ach, Leute! Also ich darf mich nicht allzu sehr auf die... ...meine Kameraden hier verlassen. Das Schiff des Didaktikers wurde in den Hyperraum gezogen. Es könnte überall gelandet sein. Das selbe Signal. Konsole aktivieren? Scheint, als sollten wir das. Woher wissen wir eigentlich, was wir hier drücken müssen auf dem Gerät? Mehr Aktivität um das große Gebäude. Chief, was passiert mit dem Gebäude, wenn wir die Konsolen verwenden? Ich weiß nicht. Die Blutfeder haben uns wohl keine Gebrauchsanleitung hinterlassen. Wenn dieses Signal vom Cortana stammt, führt sie uns direkt zu den Konsolen. Ihre Anweisungen waren in letzter Zeit nicht gerade zuverlässig. Wir gehen weiter. Ich finde raus, was hier los ist. Oh, oh. Noch so einer. Ich frage mich, sind die Allianzler mit ihnen hergekommen? Würde einleuchten. Alle Schiffe in der Hyperraumblase müssen durchgezogen worden sein. Lichtbrücke wurde bei Annäherung aktiviert. Wir werden irgendwo hingeführt. Schiff. Da. Schiff. Da. Schiff. 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 Wer hat das getan? Schiff. Spanner. Dann Linearam. Da. Dann. Plastical. Ich bin der ewige Wärter und ich beschütze Kahn. Sie hat mich zu sich gerufen. Und da seid ihr gleich her geeint. Sie kennt deinen vergessenen Namen, wer du warst, bevor du 117 wurdest. Findest du es seltsam, dass deine getreue Begleiterin so viel für sich behemmt? Bring mich zu Cortana. Nicht so schnell. Komm, unterhalten wir uns angenie. Du bist ihrem Ruf gefolgt. Warum? Was hast du vor, wenn du sie erreichst? Soll ich anfangen? Wenn du sie siehst, dann willst du. Ich will sie nach Hause bringen. Oh Gott, wir müssen jetzt gegen Prometanen und noch kämpfen. Ich habe Begriffe wie ihr zu Hause habt. Euer Vertrauen in einander ist unschuldig, Frau Hal. Doch sie verdunke ihre wahre Verheißung. Ich werde dir das unvermeidliche Leid deines Verrats ersparen und dich jetzt auslösen. Die verantwortungsvolle Aufgabe obliegt Cortana und den anderen Erschaffenen. Ich frage dafür, dass sie dir für immer entzogen bleibt. Die verantwortungsvolle Aufgabe aufs Gott, wie viel fressen die denn bitte? Hallo, wo ist die Warte hin? Was zur Hölle? Ach, muss denn alles immer so kompliziert sein? Deine Zeit ist vorüber, Kriegerin. Deine Schlacht geschlagen und beendet. Okay. 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 Das ist ein Schäden! Das ist da auch mal was schönes. Gelösst du? Spannungsstrahl, das ist ein Schäden! Du hast seinen Schäden, kein Schäden! Oh, oh, oh. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Chief. Hallo. Glatana. John. Du hast es geschafft. Meine Güte. Kann ich glauben, dass du hier bist? Wo sind wir? Du bist auf einer Blutfäterwelt. Bezeichnung Genesis. Endung herumgestanden. Ich kümmere mich um die Brücke. Der Wehr darf den Ball zurückgehen. Oh ja. Seid gewarnt. Er verfügt zwar über nur einen Verstand, aber Millionen von Körpern. Der Chief sagte, du wurdest zerstört. Nachdem ich John das letzte Mal sah, wurde ich in den Hyperraum gezogen. Dort fand ich Zugang zur Domäne, einem System der Blutsweter, das die ganze bekannte Galaxie bedeckt. Wie kannst du noch aktiv sein? Der Wahnsinn, die Domäne zu betrieben, diesen Ort zu berühren. Es hat mich geheilt. Es ist wie ein Jungbrunnen für KIs. Wie kommen wir zu dir? Durch das Tor. Das große Gebäude mit der Light Show. Du hast schon den Großteil der Aktivierungssequenz ausgelöst. Wie ich es mir gedacht habe. Halt noch ein Teil. Okay, da wären wir. Der letzte Aktivierungspunkt. Plotana. Warum glaubt der Wärter, er müsse dich von mir beschützen? Es gibt so viel zu dir. Wir sollten uns von Angesicht zu Angesicht sprechen. Ach, schau. Mein Heilmittel hilft den Wahnsinn, lässt KIs unsterblich werden. Eine solche Lebensdauer würde langfristiges Planen erlauben. Hier sind die Blutsväter-Taten. KIs können die verantwortungsvolle Aufgabe der Blutsväter übernehmen. Wenn erst Frieden herrscht, können wir uns um Armut, Hunger und Krankheiten kümmern. Doch der Wärter glaubt, einige werden unserer Hilfe zurückgreifen. Und er fürchtet, du gehörst dazu. Klingt doch gut. Ich weiß gar nicht, warum man Widerstand erwarten sollte. Der Didaktiker hat klargemacht, dass die verantwortungsvolle Aufgabe ein erzwungener Frieden ist. Wer aus der Reihe tanzt, wird leiden. So wird es nicht sein, John. Ich erkläre es dir genauer, wenn wir zusammen sind. Das Tor ist auf der anderen Seite dieser Schlucht. Der Wärter schickt Truppen, um euch aufzuhalten. Ihr könnt mit diesen Phaetons durch die Schlucht fliegen, oder ihr geht zu Fuß zur anderen Seite. Okay, Team Blauer, los geht's. Die Steuerung der Phaetons ist recht intuitiv. Für ein Blutsväter-System. Das schaffst du schon. Ah ja. Hätte man aber auch mal sagen können. Geht so ein Ding auch mal kaputt. Auf die Beschützfeuer. Und das schaffst du die Schmerzen. Damit du ihre Hände bekommen hast. So. 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 Ich hoffe meine Leute können wir folgen. Wir haben das ein oder andere feindliche Fahrzeug gekapert. steigen und weg hier mach uf oh mein Gott oh Gott das kann ja was werden oh Gott